Schönen guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie diesmal wieder per Telefon zu einer neuen Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief, lade ich Sie ein. Schauen wir auf die Märkte. Gestern war sie dann also da, die Marke, von der ich an dieser Stelle schon gesprochen hatte, nämlich 8100 Punkte im DAX. Der Schlusskurs lag sogar fast auf dem Punkt genau auf dieser Marke. Eigentlich hatte sich der Markt recht stabil gezeigt, gestern Vormittag. Dann aber setzte Schwäche ein ab Nachmittag oder ab Mittag und schließlich ging der Deutsche Leitindex dann ziemlich genau auf dem Tagestief aus dem Börsentag. Die Nebenwerte der NDCs waren auch etwas schwächer, aber nicht ganz so stark wie der DAX. Ja, die Wall Street war gestern eher auf der positiven Seite. Die NDCs eher auf der Gewinnerseite, zumindest die großen, die hier generell oder häufig beachtet werden, betrachtet werden. Beim S&P 500 waren es plus 0,84 Prozent. Das ergibt charttechnisch eine ziemlich interessante Ausgangssituation, denn mit dem jüngeren Rücksetzer ist der S&P 500 auf seinen Aufwärtstrend angekommen. Gelingt jetzt der Dreh nach oben, wäre das entsprechend positiv. Hält der Trend nicht, dann gibt es eine etwas längere Pause bzw. ein Einpendeln. Das kann man nicht ganz ausschließen. Dramatisieren muss man es und es auch nicht. Dieser breite Index ist allein innerhalb der letzten sechs Monate ja von etwa 1400 auf etwa 1680 Punkte gestiegen in diesem Zeitraum. Und das ist natürlich schon eine recht strame Performance, wo man dem Sprinter auch mal eine kleine Pause gönnen darf. Ein Thema war gestern natürlich die EZB. Man blieb beim bisherigen Leitzinsniveau. Das war allerdings laut Bloomberg auch weitgehend so erwartet worden. Von 59 befragten Ökonomen hatten 57 mit der Zinsentscheidung gerechnet, wie sie denn auch kam. Der Nachrichtendienst berichtete über die Erwartung von Draghi, dass man bis Jahresende wieder auf Wachstumskurs gehen würde oder könne, auch wenn ein großes Tempo nicht zu erwarten ist. Ja, von der EZB auch gleich rüber über den Atlantik zur Fed, also zur amerikanischen Notenbank. Auch hierzu berichtet Bloomberg bei einer Umfrage im Kontext des künftigen Vorgehens beim Quantitative Easing-Programm. Derzeit werden ja 85 Milliarden Dollar pro Monat in den Markt gepumpt. Die Medianerwartung unter 59 Ökonomen zeigt auf, dass diese Käufe reduziert werden könnten auf 65 Milliarden Dollar pro Monat. Dies könnte greifen oder beschlossen werden im Geldpolitischen Ausschuss in der Sitzungsrunde am 29. bis 30. Oktober. Der Rotstift könnte dann sowohl bei Staatsanleihen als auch bei hypothekenbesicherten Papieren angesetzt werden. Und prinzipiell geht das auch in Ordnung. Man darf ja nicht erwarten, dass die Notenbank den Hahn immer weiter laufen lässt. Es ist nur normal und auch eigentlich von der Sache her gesund, wenn man irgendwann sich wieder bewegt in Richtung Normalität. Grundsätzlich dürfte die Fed aber bei diesem Manöver sehr sensibel vorgehen. Ich glaube nicht, dass man hier auf kurze Sicht der größere Ängste haben muss. Wenn gleich natürlich auf längerer Sicht es für den Markt natürlich schon eine gewisse Herausforderung sein wird, wenn die Notenbank eben entsprechend weniger Liquidität in den Markt hineingeht und der Markt somit ja auch auf eigenen Füßen oder mehr auf eigenen Füßen stehen muss. Ein kurzer Schlaglich noch zu Gold. Indien hat den Importzoll für Gold nach Angaben des Manager Magazins von 6 auf 8 Prozent hochgefahren. Das ist nun mal die zweite Anhebung in diesem Jahr. Und natürlich ist es auch ein Gegenwind für die physische Goldnachfrage in diesem ja wirklich wichtigen Nachfrageland. Im Moment sieht Gold auch charttechnisch so aus, dass das jüngere Tief nochmal getestet werden könnte. Kommen wir zu Deutschland. Das Statistische Bundesamt berichtet heute Morgen schon über die Entwicklung bei den deutschen Ausfuhren. Im April ergab sich ein strammer Zuwachs von 8,5 Prozent bei den Exporten, die damit stärker stiegen als die Importe. Eine letztere, also die Importe kamen um 5,2 Prozent voran gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Außenhandelsüberschuss lag bei 18,1 Milliarden Euro im Monat April. Das vergleicht sich mit 14,5 Milliarden Euro Überschuss im Vorjahresmonat. Ja, bei deutschen Aktien können Sie auch weiterhin erstmal ein wenig Piano spielen, müssen also nicht unbedingt voll aufs Gaspedal drücken. Wir haben im jüngsten Frankfurter Börsenbrief, also von dieser Woche, auf RTL Group hingewiesen. Das ist eine interessante Möglichkeit, die man auch jetzt aufgreifen kann. Übrigens, diese Aktie habe ich gestern auch für das Tippspiel im jüngsten Bernecker Stammtisch ausgewählt. Schauen Sie doch am besten auch gleich heute Morgen dort mal rein in die neue Ausgabe von Bernecker Stammtisch unter www.bernecker.info. Ja, noch ein Aktienflaglicht, das wir nur kurz anreißen. Bei Bloomberg wird thematisiert, dass der Bahntechnik-Spezialist Voslo die Transportsparte abgeben könnte. Angeblich könnte es sogar schon einen chinesischen potenziellen Käufer geben. Möglicher Preis oder Wertesparte 600 Millionen Euro. Und das sollte man sich demnächst vielleicht noch etwas genauer anschauen. Wir werden im kommenden Frankfurter Börsenbrief voraussichtlich dieser Aktien eine Betrachtung schenken. Ja, damit sind wir beim Terminkalender angekommen. Als Datenquelle nutzte ich wieder Börseco. Angesetzt war oder ist für heute für Deutschland beispielsweise der Bericht über die erzeugenden und produzierenden Gewerbe. Aus den USA gibt es eine ganze Reihe von Meldungen. Und besonders wichtig sind natürlich die Daten heute vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarktbericht, der offizielle Arbeitsmarktbericht steht für heute an. Das heißt, es wird Informationen geben über die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaftsbranche. Außerdem die Informationen über die Arbeitslosenquote, die durchschnittlichen Stundenlöhne und Wochenstunden. Somit hier schon ein wichtiges Schlaglicht für die amerikanische Notenbank. Ist der amerikanische Arbeitsmarkt bekanntlich eine wichtige Orientierungs- und Betrachtungsgröße. Insofern dürfte von diesem Arbeitsmarktbericht auch heute noch eine Menge Impulskraft ausgehen. Sollte es hier tatsächlich größere Abweichungen von den Erwartungen geben. Außerdem für heute Abend unserer Zeit noch angesetzt aus den USA die Entwicklung oder die Information über die Entwicklung bei den Verbraucherkrediten. Abschließend zur Strategie. Ich meine, vor dem Wochenende müssen Sie keine große Hektik walten lassen. Gehen Sie ruhig ins Wochenende. Wenn Sie in Aktien investieren, tun Sie das punktuell. In Bezug auf den DAX, meines Erachtens, muss man jetzt nicht groß hier auf einen steigenden DAX setzen. Auch nicht auf einen fallenden DAX. Jetzt kommt es darauf an, dass sich der DAX ein Stück weit abpendelt. Hat jetzt ein Stück weit auch seine überkaufte Marktsituation abgebaut. Hat ein Pullback gemacht. Bei ungefähr 8.000 läge eine 50% Korrektur auf den vorherigen Anstieg, der ja sehr steil war. Insofern hier also im Moment ein ordentliches Marktumfeld. Viel weiter sollte der DAX nicht fallen. Ansonsten würde sich dann auch die Charttechnik und Markttechnik insgesamt etwas eintrüben. Wenn also der Markt den Eindruck bekommt, dass der Ausbruch nach oben eine Bullenfalle war, dann wäre das natürlich zunächst negativ. Also, lassen Sie es ruhig angehen. Schauen Sie gleich am besten nach diesem Ticker auch in den Stammtisch von Bernecker hinein. Und ergänzen Ihre Meinungsbildung auch mit den Impulsen von dieser Seite. Schön, dass Sie dabei waren. Das war es schon wieder. Ihnen ein richtig schönes und sonniges Wochenende. Er waltet hissen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020